Hallihallo Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Droni und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Tiefenschlucht und nackt mich die Quest. Diese Aufforderung natürlich. Ja, ein sehr schönes BG. Immer noch, fällt mir immer wieder aufs Neue. Außer der Zerger am Anfang in der Mitte klappt überhaupt nicht. Moment, Gähnen? Ja, das übliche Ritual. Ja, der Textansage erstmal kräftig. Gähnen. Ja, was steht denn hier so an? Auf die Forstmagier, das wird jetzt schon nervig ohne Ende. Hat sich zum letzten Mal was geändert? Nö, die Ausrüstung ist die gleiche. Oder? Ja. Im Hockset auch. Selten. Hat ja seltener als Wett bei mir. Die Glüven auch alle gleich. Ne, hat sich so nichts geändert. Ne, alles gleich. Das Ding halt immer noch nichts. Da haben wir wieder drei. Alle durchpuffen. Ah, Entschuldigung. Meine Nase fängt gerade an zu lang. Und geh denn. Ah, ich hab Kohle gemacht. Wuhu. Gut, ja, mal Zeit hier. So, drei, zwei, eins. Rup, los geht's. Oh, drei, vier Melis. Fünf Melis. Wow. Der da. Sechs Melis. Boah. Letzten BG hatte ich glaube ich noch einen Feral. Also gab es glaube ich noch einen Feral und mich als Meli. Und das in einem Auge des Sturms, wo in der Mitte man genügend Leute braucht. Ja, schön, die gehen dahin. Die gehen dahin. Prima. Okay, der Zerg in der Mitte hat sich erledigt. Wir sind gerade mal fünf Leute. Ah ne, doch jetzt. Ah, gleich mal vier gefressen. Gehört Cloak an. Kriegst ein Freedom. Kriegst ein Stun. Und wirst umgenockt. Bring mal dich irgendwie hoch. Okay, hat Bubble an. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind alle Heiler hier Leute. Wirst mal Wall an. Jetzt hört ihr jetzt auf den Schammi. Spacko, komm her. Das ist der nächste. Ja, der hat ja gar kein Gier. 75k Der hat so 150.000 gerade abbekommen Heiliger Strohler Oh, Krieger Neff nicht Äh, D.K. Rein da, rein da, rein da Weg da, weg da, weg da Und tschüss Freedom Ich glaube das wird nix, ne Können wir jetzt dann, zwei, eins, hier Ah, scheiße, der lädt es da mal noch auf den Kopf da Jetzt aber Ja, Krieger nicht dumm rumstehen, irgendwas machen Du wirst nicht bezahlt fürs rumstehen Scheiße, schon wieder sowas Ja, das sind die Magier Ich hätte kaputt schlagen Jetzt wirbelt er das Nee, da kommst du nicht dran Können wir denn umzimmern? Oh, die haben Damage kasiert Ich brauch nur Heal Wieso bin ich alle beklauen? Dominating Double kill Schööööön Der Hexe macht auch schön Fokus Da komm ich nicht hin dran an die Können wir in den Ruhm? Scheiße, ist der bescheuert B-Bob Beck Vielleicht wird er wahrscheinlich jetzt sterben Oh, da packen sie es noch, packen sie es noch, packen sie es Glaub ich übel, ja Oh, oh, oh Nein, jetzt ist es finnig doch Ja, nice, nice heal Ja, also vielen Dank an die Highlighter Ach, sorry, die zwei habe ich Zumindest der Pali hat durchgepumpt Bis zum geht nicht mehr Ey, ich kann sie durchziehen Wahrscheinlich alle, die sind wahrscheinlich alle zusammen Wo sind sie? Outland, Outland, Outland Fast, ey, aber fast Ich glaube, sie kennen sich Spiel letztendlich auch keine Rolle Ja, klar Ja, dreimal die gleiche Gilde Jetzt kommen sie da alle Drei, nö, das fange ich gleich um Ne, was kriegen? Das machen wir ja schon Ist schon lustig Ein Heiler von uns hat Ich habe mich bedankt im Chat Für die Heilung Das hat er ironisch aufgefasst Hat gemeint, merkt, was hat er gemeint gehabt? Was soll ich mehr tun? Guck, hielt da nen Heul rum Also Schon geil Ich habe mich bedankt, Punkt, Punkt Meint ein anderer nicht Alles ist ironisch gemeint Eben Also, Entschuldigung, ja Ich weiß noch nicht, wo das ironisch von mir gemeint war Wie das ironisch gemeint sein soll, aber Was will der denn hier? Ich, nö, ich komme nicht mit Bin nicht bescheuert Kriegen wir noch down? Der Hexer Dein Paard Killing Spree Rampage Double Kill Fick dich Kriegst den Stun ab Und dann töten wir nicht einmal Oh, jetzt haut er noch auf Hab ich schon einen Frost erwischt? Blut, 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 blut Und jetzt müssen sie sich zurückziehen Was für dich? Ja, hab mal ein bisschen was für dich. Wir kommen hier, ne? Ist klar, dass der keinen Schaden macht. Sonst wäre der Mage nämlich down gewesen. Verstehen wir mal. Wer ist da? Noch ein Tote. Da ist der Shami und zack. Rampage. Oh, ist schon wieder ein CC. Wollen wir den weg? Starten. Hier geblieben. Freedom. Oh ja, Frost. So, ein Mage of Frost zu kicken ist genial. So wie ein Palio of Oli. Okay. Was ist denn? Geräuscht. Bob an. Oh, haben wir doch noch verloren. Ach, irgendwie war das klar. Aber das ist schon deutlich besser. Viel, viel besser. Ja, auch wenn wir es verloren haben, ja, man konnte ganz gut schaden, und wenn wir da mal Support bekommen, dann lief das sogar auch als Retri. Weil gegen viel Frostmach, jetzt ist es echt so nervig. Naja gut, ist halt so, ne? Ach, das spielt ja das Ding. Ja, gut, das war's dann auch schon. Ich sag, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, habt ihr in die Kommentare oder auf Twitter. Da gibt's, da sind die Informationen am aktuellsten. Und wenn natürlich irgendwas sein sollte mit Vorschlägen und so weiter, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann so ab damit in die Kommentare oder sonst wen. Hauptsache es erreicht mich, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!